Schallballküter! So! Wie cool ist das denn? Hallo bei den Spielzeugtestern! Jetzt gehen wir ins Phenomania. Das ist ein Haus in Büsum. Ja. Und da gibt es lauter interessante Dinge. Was genau, werden wir euch zeigen, weil wir waren hier auch noch nie. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ja. Viel Spaß! Da ist das Phenomania. Ja. Da ist Hanna. Da ist Papa. Und da gehen wir jetzt rein. Ja, ich kenne das noch gar nicht. Ja, wir kennen das alle noch nicht. Das ist auch noch nicht so alt. Das wurde, glaube ich, erst im Juli eröffnet. Ach, Hanna hat da unten einen Magneten. Ja, hier. Und dann? Kann ich das so machen? Das ist schön. Bewegen sich die kleinen Dinger hier. Mach sie mal, dass sie sich hochstellen. Wie so ein Igel. Guck mal, pass mal auf. Guckst du? 2 Euro. Boah. Und guck mal, was ich gefunden habe. Ein Spiegel. Ein Spiegel. Du musst nur das drehen und dann sieht man das. Ah. Hanna, guck mal. Oh. 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 Das ist sehr cool. Jetzt richtig hoch. Jetzt gehen wir wieder richtig hin. Höher, glaube ich, einen Tick. Guck mal. Ja. Mach mal die ganze Hand oben rauf. Mach mal nach oben. Seht ihr das? Induktion. Aus. Und wenn ich da rangehe. Super. Ganz leuchten. Ah. Hanna versucht sich jetzt mal an dem heißen Draht. Oh, das ist schwer. Oh, Schlucki. Oh. Oh. Das ist auch, weil die Konto gar nicht so richtig krank. Oh. 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 Jetzt muss Mama das machen. Oh. 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 Das könnte jetzt sein, nach einer gewissen Zeit... Oh, drück runter, drück runter! Oh, sie kommen, Hanna, sie kommen! Was steht denn da? Doppelkugel. Liebe, die schienen so langsam bis zum anderen Ende laufen. Welche Kugel wird dort zuerst aufkommen? Okay, die ist schmaler, die spürer. Ich zeig's dir. Und? Und dann zupacken. Du weißt nicht wann, ne? Ja, ich hab nach unten geguckt. Ja, nochmal. Reaktionsvermögen gleich... Null! Eins, zwei, drei... Steh ich drauf? Ja. Das sieht aus wie Papier. Das ist doch gut. Grinst nochmal in den Spiegel. Uuuuh! Ihr habt ein Papier in der Familie. Ja. Wer weiß. So, wir haben hier eine Bahn und drei Golfbälle. Und wenn Hanna startet, rollen die Bälle da runter. Welche denkst du, welche Kugel kommt als erstes an? Die hier. Die an der kurzen Bahn. Okay, Papa, welche sagst du? Ähm... Die gerade Bahn. Gut, dann sag ich die hier oben. Los! Hanna hatte recht. Meine kommt hinterher gezuckelt. Ach, okay. Er hat mehr Spiel, kriegt er. Ja, das stimmt. Und hier sind... Ja, weil ich rutsch runter und dann... Geht noch mal hoch. Und? Warte, ich komm von der Seite hier. Oh, Backe! Ahhhh! Kuckuck! Das ändert so ein bisschen an Gefängnis hier. Ah, Schnucki! Was finden wir denn hier überhaupt in dem Haus? Experimente, optische Täuschung, elektronische Experimente, halt all sowas. Ganz cool, ne? Alles so zum Austesten. Und die Kinder dürfen echt alles anfassen und ausprobieren. Das ist auch eine Riesenseifenblase. Ich glaub, du musst hier ziehen. Warte, ich zieh mal. Oh, Hanna! Warte kurz. In die Mitte? Oh, ja. Und guck zu mir. Papa, zieh. Nicht pusten. Nicht pusten. Sie ist kaputt, sie ist kaputt. Die zieht schief. Ach, kein Wunder. Ich muss ziehen. Ach, du musst ziehen. Langsam und nicht atmen. Langsam. Das war zu gut. Mach noch mal. Das ist ja cool. Seht ihr das? Eine riesen Seifenblase. Oh. Die wird zu langsam sein. Versuch du mal. Vielleicht nicht mal dabei. Warte, warte. Hier ist eine Kerze. Und da drüben ist eine Trommel. Habt ihr das gesehen? Hast du das gesehen, Hanna? Ja? Ja, kannst du das einmal anziehen? Ich mache Hanna. Das ist eine Schalkanone. Hanna, warte bitte. Schalkanone. So. Wie cool ist das denn? Hier steht ein Trabi. Und hier oben ist so ein riesen Holz-Ding. Ach, du hebst das Auto gleich hoch. Hanna hebt das Auto hoch. Hast du das gesehen? Ja. Hanna steht hier hinten. Guckt euch das an. Hanna hebt ein Auto hoch. Warte, ich muss ein Stück weiter zurück. Vielleicht kriege ich beides zusammen drauf. Wenn es so schräg drauf geht. Lass es nochmal los. Runter. Mach nochmal. Nochmal. Guckt euch das an. Wow. Was sollst du machen? Den Magnet. Ach, da ist ein Magnet. Kannst du den Magnet? Du auch. Das kann jeder machen. Und dann? Ich hab das alles auf Video. Halt. Ich schaff das nicht. Warum schafft man das denn nicht? Ist das der Trick oder passiert der Trick erst hinterher? Der Trick passiert erst hinterher. Und wo soll das haften? Dann? Mit einem Wurf. Kann man ihn so in Bewegung setzen? Tau ziehen. Ja, Papa, streng dich an. Hallo. Streng dich an. Ich würde sagen. Hanna gewinnt da hinten. Oh nein. Das ist ja schlimmer als jede Achterbahn. Ja, warte. Ja. Warte mal. Mach nochmal, dass du tanzt. Jetzt. Mach aus. Wow, wow, wow. Ich muss den vorhanden durch. Papa ist dreifach. Ja, guck du mir. Ah, Hanna, auf! Geh mal einen Schritt zurück. Nee, nicht zurück, sondern nach rechts oder links. Oh, ich hab immer mehr Fack. Da bin ich. Nicht reingucken. Was ist es? Klingt nach Kronkorken. So Korken, ne? Das sind Flaschendeckel. Ja, Flaschendeckel, genau. Ich hab gewusst, dass das Pencil sind. Oh, das gefällt mir. Hab ich aber lange Beine. So, jetzt haben wir hier Nagelbretter. Mach mal. Haha, Hanna's Hand. Könnt ihr was sehen? Da sind die Nägel von unten. Und jetzt guck mal, meine Hand. Meine Hand passt da, glaub ich, nicht hin, ne? Doch. Bäh. Richtig rein. Das ist komisch, ne? Ja. Wir sind durch mit dem Phänoman, ja? Wie fandst du das? Gut. Das war aufregend, ne? Ich fand das ziemlich cool. Ja. Und wir wollen jetzt noch ein bisschen an den Strand. Wir wollen Wattwandern gehen. Mal gucken, ob wir euch da auch mitnehmen können. Aber das seht ihr dann in einem anderen Video. Ja. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.